Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Evolutionstheorien im Überblick Hallo! Wenn du schon einmal draußen die Natur beobachtet hast, ist dir sicher aufgefallen, wie viele Tiere und Pflanzen sich dort tummeln. Es gibt auf der Welt viele Millionen Arten von Lebewesen. Seit langer Zeit beschäftigen sich Wissenschaftler mit der Frage, wie diese Artenvielfalt entstehen konnte. In diesem Video möchte ich dir einen Überblick über die wichtigsten historischen und aktuellen Denkansätze zur Entstehung der Arten liefern. Dabei werde ich auf die Katastrophentheorie von Cuvier, die Theorie von Lamarck, Darwins Evolutionstheorie, die synthetische Evolutionstheorie und den Kreationismus eingehen. Bis zum 19. Jahrhundert zweifelte die Wissenschaft nicht daran, dass die lebenden Arten unveränderlich sind. Die Schöpfungslehre der Bibel erklärte die Artenvielfalt der Erde. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts untersuchte der französische Naturforscher Cuvier den Bau von Lebewesen und verglich sie. Außerdem klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.